herzlich willkommen zurück hierzu wir spielen far cry 4 nachdem wir hier das letzte mal ein bisschen rum gemacht haben bis wir das ding gefunden haben müssen wir das ding jetzt heute wir haben das gefunden man wollte den wollten böse fisch wieder jetzt müssen wir hier schnell wieder hoch schnell 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 mir bleibt schon das herz halber stehen so und haben das ding gefangen obwohl der böse fisch uns hier richtig böse an karren fahren wollte kann man hat geschafft so nachdem wir hier diese herstellen können momentan noch nix wir wollen aber schnell mal noch hier hoch und die waffe wechseln weil das ist ja so eine sache wir haben hier oben noch unsere unsere sonderwaffe mal guck mal da kommt schon wieder ein boot mit den man das sind meine freunde okay dann lassen wir mal hier so stehen meine waffe ist ja inzwischen weg ist jetzt auch nicht schlimm wir wollen jetzt mal hier zu diesem burg als nächstes und hat man jetzt schon mal schnell auf die auf die karte ist ja eigentlich gar nicht so weit weg nehmen wir da helikopter könnte manche helikopter mal dazu nehmen aber wir könnten ja auch mal hier diesen unbekannten ort anschauen sind wir natürlich hier so ein bisschen in dem zwiespalt da unten stehen elefant im wasser wo sowas trinkt wo kommt der elefant ist auf einmal her gut egal ich bin ja quasi immun gegen elefanten ich kann die dinger ja auch reiten das heißt wir jenes mal da unten vorbei an diesem besonderen ort und zack runter gesleidet und jetzt wollen wir mal schauen ist das hier eine höhle oder ja tatsächlich jallungszauern ja mal gespannt was uns hier erwartet bestimmt irgendwelche bösen tierchen so sind jetzt alle tot nein natürlich nicht jetzt aber hier hat sich bestimmt diese böse fisch eigentlich versteckt aber gut jetzt wollen wir mal hier langsam hintroren und mal fotoarbeit rädchen rausholen da hinten haben wir eine kiste das heißt wir gehen langsam mal hier rein scheint wohl nur die zwei fischchen gegeben zu haben hoffe ich zumindest sonst kriege ich gleich wieder ein herzanfall so hier haben wir noch eine so super sind wir direkt irgendwie unter der straße da haben wir noch eine leiche hier wo sind die jetzt hin ah ja hier können wir nicht durchsuchen gut dann gehen wir mal hier wieder an land weil wir sind ja nicht wirklich so die die schwimmer dann gehen wir mal hier hoch so perfekt nochmal nachladen hier nehmen wir gut beide können wir keine mit ab und brief haben wir hier ein brief diese diät aus rohem tiger fleisch bekommt mir nicht gut ich habe schwindel anfälle und bin sehr licht empfindlich geworden so dass ich mich bei tages nicht nicht mehr traue die höhle zu verlassen ich habe gehört der doktor hätte eine medikamenten lieferung von goldene pfad erhalten ich glaube ich warte auf eine ruhige nacht und gehe dann mal hin mal zu ihm aber fürs erste kann nur eine prise gara masala die nächste portion roten fleisch bekömmlicher machen ok der hat wohl zu viel von diesem giftigen fleisch gegessen könnte ich mal danke so warum macht jetzt die taschenlampe aus ist doch immer noch dunkel super da haben wir hier mal die kiste gefunden da hinten haben wir noch mehr kisten haben wir hier eigentlich auch noch mehr fische naja war ja klar ne aber es scheint nur einer zu sein so können wir hier mal das ding hier rausholen naja das geht wohl nicht so einfach so wir haben mal hier wieder diese bisschen bekömmlichere waffe so und dann gehen wir mal hier die nächste kiste aufmachen eine kiste ist wohl noch da unten nur kurz magazin leer ballern brauchen wir mal dass hier jetzt keine weiteren fische drin sind und ich kann was herstellen habe ich gerade gesehen so hier unten gibt es noch eine kiste die kiste wollen wir natürlich holen bitte lass kein fisch mehr drin sein so hier haben wir einmal ein fisch zum häuten ja bist du bald fertig so dann gehen wir mal kurz luft schnappen dann gehen wir wieder runter irgendwo muss hier eine kiste sein hier ist die kiste und eine leiche ne so so den können wir durchsuchen ein geldbeutel fast voll ne altes geld so jetzt gehen wir hier mal wieder an land ne weil ne ich mag die fische nicht so ein geldbeutel fast voll ich kann was herstellen super was haben wir denn hier ne sprengstofftasche oder sowas ne die beutetasche super wollen wir doch mal gleich mal herstellen und wollen jetzt quasi wieder hier aus dieser höhle raus gehen wieder den gleichen weg wie wir gekommen sind so hier lang super toll hoffentlich kommt jetzt hier gleich wieder ein fisch dann erschrecke ich mich wie die sauer so könntest du mal vielleicht danke wenn man hier diese extra wege gehen muss ich mag die fische nicht ne so wie die adler ich mag die adler auch nicht die sind irgendwie so unberechenbar da liegt eine im gebüsch der hat sich wohl tot gesoffen so und jetzt wollen wir mal zu dieser hurkmission gehen man beachtet das blöde vögel man acht beachtet an dieser stelle das haar auf der karte genau da wollen wir jetzt hin da wir ja schon wieder vögel ganz komische sache ne wir wollen jetzt auch mal gleich mal hier als premiere mal mit dem hubschrauber dahin fliegen steigen hier gleich mal ein hier das schöne teilchen so e halten zum einsteigen so 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 wir mal hier steigen die steuerung ist quasi dieselbe wo ich sollte vielleicht mal ein bisschen hoch gehen sonst bleibe ich da noch irgendwie an der da an der baumkrone hängen so noch ein bisschen steigen bitte ich weiß ja gar nicht wie hoch ich das nehmen kann ich könnte es ja irgendwann mal ausprobieren so ganz weit hoch wird dann irgendwann wahrscheinlich die lampe angehen da oben da was haben wir denn da in diesem ort den ich jetzt nicht kenne das ist wohl der scheiterhaufen kann ich endlich vom hier das fernglas benutzen nein kann ich nicht aber ich kann auf jeden fall ballern ne das ach guck dann gehen wir doch mal hier runter sinken so hier sinken so hier wollen wir uns niederlassen wunderbar e halten um auszusteigen ne jetzt schön ne so eine neue waffe habe ich freigeschaltet m79 der granatwerfer so wir wollen jetzt erstmal überschüssiges zeug verkaufen 15.000 die beute tasche ist weniger als die hälfte voll aber mein geldbeutel ist fast voll ne da wollen wir erstmal hier reinschauen kurz achso im moment das kann ich ja gar nicht das kann ich ja gar nicht wir wollen hier mal links wir haben schon gekauft wir müssen hier mal ein bisschen hier ein bisschen was einkaufen so seitenwaffen hier die habe ich freigeschaltet wo kann ich die rein machen das habe ich jetzt momentan im gurt also die kann ich auch die hier runter machen das ist ja doof ne das habe ich ja nicht normal da unten drin also die habe ich ja momentan schon drin stimmt aber der granatwerfer ist wohl eine seitenwaffe ist ja auch mal interessant zu wissen gut hätten wir nicht auch klar sein müssen als ich auf dem bod auf einmal mit dem teil rum ballern konnte so ja jetzt schauen wir doch mal wo ich hier ein bisschen bisschen geld ausgeben kann ich habe die stormer die shredder ich habe hier eigentlich alles schon gekauft die sixer könnte ich kaufen als seitenwaffe ja weil seitenwaffe ist immer so eine sache da muss ich ja auch richtig ballern können und das kann ich einfach mit der sixer nicht wenn ich hier im autofahren bin und dann konzentrieren da treffe ich den kopf sowieso nicht so ich würde mal sagen ich würde mal sagen ich würde mal sagen gegenstände ein spritzen ist voll ja dann kann ich im prinzip nur mein zeug auffüllen ich kann nichts kaufen ich kann ich so ich kann jetzt nicht mal ist sogar nicht mehr freigeschalten ich halte ich kann momentan auch hier ein raketenwerfer könnte ich kaufen 160.000 das macht den kohl aber auch nicht fett hier eine schrotflinte ja dann verlassen wir den händler mal dann verlassen wir den händler mal wieder und wollen wir hier die kisten räumen akku hier munition habe ich jetzt gerade gekauft das habe ich auch gekauft ist alles kacke wo es steht denn da die kiste rum hier steht so rum durchsuchen altes geld ich kriege wieder zusätzlich kohle dazu so nochmal eine kiste da muss wohl die kiste dahinter stehen ein grünes blatt obwohl ich die ja mal zwei grüne blätter so wieder kohle jetzt der geldbeutel fühlt sich langsam wieder es geht wieder an die 900.000 oder so ran was was der geldbeutel maximal kann so man brauche ich ihn für den geldbeutel panzer nashornhaut super kann es auch was schwereres sein dann können wir ja eigentlich auch mal hier so ein raketenwerfer holen beim händler dann lohnt sich dann der ganze und ich werde ein bisschen geld kann ich kann ich raushauen und dann kaufe ich hier mal hier diese rpg kaufen die zack und haben das ding haben dann den geholt ach super ich kann auch hier das hier unten als waffe reinknallen super somit geld raus gehauen da haben wir geld namaste namaste so irgendwo hat doch jemand hilfe geschrien wo waren das jetzt wieder na egal ist aufgestanden bleibt stehen schade guck mal hier bam 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 schade ich kann die gar nicht wegschießen langweilig ne so gut wir machen uns weiter auf zum hoch steigen hier mal wieder in unseren kleinen heli ein wollen hier mal steigen so das muss ja eigentlich ganz in der nähe sein so quasi da unten das waren auch die komischen fücher was ja so komische geräusche gemacht haben so und ja hier unten sind wir dann quasi schon am ziel wir wollen hier mal sinken da ist noch mein da unten ist außenposten da ist nämlich schon ein heli ich muss jetzt für den wohl irgendeine mission erfüllen man soll erstmal hier landen mit dem mit dem heli ist immer so eine geschichte super super was ist denn das jetzt alter nein haben wir etwa die echsen verpasst kennen wir uns nein ich bin die kammerle riemann ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood ich bin hirg ich hab von dir gehört man alle reden von dir und finden dich geil du gehst voll ab man darum bin ich hier nämlich weil du und ich zusammen da wird sich der goldene pfad echt umgucken aber sowas von wir sind der goldene pfad man ich nicht verstehen was du sagen alter ich spreche deine sprache nicht was du vermutlich sagen wolltest ist die royal army wird sich echt umgucken weil der goldene pfad sind wir alter echt jetzt die typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem was ich über den goldenen pfad gesagt habe hat er zu sehen neuer plan preventiv kaballerie genau du brauchst hilfe du rufst an wir kommen rein und helfen dir oder ich oder meine äh die jungs vom goldenen pfad genau du und ich waren die neuen und besseren Ted Bros aber hallo wir leben den Traum na komm schon schlag ein boom ich verpromiss du noch Kartoffel das ist okay du hast den bummelzug genommen aber du bist angekommen das respektiere ich wir sehen uns schon irgendwann bis dann mein goldener pfad homie super koop modus spiel halte v um das schützen hilferat zu öffnen wähle freunde einladen um den koop modus mit einem freund zu spielen wähle hilfe anbieten um den koop spiel von jemand anderem beizutreten oder hilfe holen damit jemand einem stein im spiel beitritt ja ja richtig wir wollten eigentlich jetzt hier einen cut machen und wollte ich das ganze noch mitnehmen erst in der nächsten folge jetzt haben wir es natürlich schon drin den koop werde ich jetzt erstmal nicht spielen ich werde dazu meinen kumpel Rieschan dann mit dazu nehmen ihr kennt ihn vielleicht noch von unserem kanal er hat Risen gezockt und let's play aber jetzt geht es erstmal in die pause wir sehen uns beim nächsten mal hier direkt weiter in dieser mission ciao